Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir mal über das O-Clip, Anwendungsmöglichkeiten und außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass wir das O-Clip jetzt in der Panda Edition haben. Da ist ein Panda drauf graviert. Wem das gefällt oder wer die O-Clips sammelt, der kann gerne zuschlagen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir legen los, sprechen wir ein bisschen über das O-Clip und die Anwendungsmöglichkeiten. Wie ihr seht, ich trage es aktuell an einer Kette. Ist einfach sehr praktisch, wenn ihr im Dunkeln Licht braucht vor die Hände, dann könnt ihr es einfach anschalten und leuchtet eure Hände aus. Sehr praktisch. Auf der anderen Seite habt ihr es natürlich die ganze Zeit um den Hals hängen. Ihr könnt auch das Lanyard Hole dafür nutzen, dann ist es auf jeden Fall sicherer. Ich mag es so, weil es so auch sehr gut hält und ich kann es dann einfach abklippen und in der Hand halten oder irgendwo mit einem Magnet befestigen. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Also das wäre die erste Tragevariante. Die nächste Tragevariante ist als Sicherheitslicht, als Rücklicht. Zum Beispiel, wenn ihr auf dem Fahrrad sitzt, könnt ihr es euch hinten an die Mütze packen, an den Kragen, an den Rucksack, an der Tasche und habt dann einfach ein cooles Rücklicht. Doppelklick einfach drücken, habt ihr Rotlicht und dann sieht man, dass ihr auf dem Fahrrad sitzt und habt ein gutes Signallicht. Die nächste Option wäre, das Ganze am Hund zu benutzen. Heißt, wenn vielleicht das Licht für euch am Hund der Akku leer ist, sonstiges, ihr habt es vergessen und ihr habt das O-Clip als Backup-Licht dabei, dann könnt ihr es dem Hund an das Geschirr packen oder an das Halsband und habt so ein Backup-Licht. Der Hund wird gut gesehen und das ist auf jeden Fall auch eine gute Option. Die nächste Option ist, das Ganze am Schuh zu benutzen. Wenn ihr joggen seid und ein Zusatzlicht haben wollt, dann könnt ihr es euch vorne unter die Schnürsenkel klippen und werdet so noch mal deutlicher gesehen, da eure Laufbewegung natürlich noch mal viel deutlicher zum Vorschein kommt als ein leicht bewegender Kopf und das ist auf jeden Fall auch noch eine Option. Die nächste Option hat weniger mit dem Licht zu tun und mehr mit dem Magnet. Ihr macht euch einfach das O-Clip an den Seilen, eine Schnur, was auch immer oder wie ich jetzt hier an die Kette und dann klippt ihr das Licht dran, guckt aber, dass die Kette oberhalb des Clips hängt und nicht unten, damit der Magnet natürlich unten ist und so könnt ihr dann das O-Clip nutzen, um zum Beispiel euren Schlüssel, der in den Gullideckel gefallen ist, mit dem Magnet aufzuheben. Natürlich geht auch Geldmünzen, habe ich auch gerade in der Tasche. Na, die gehen jetzt nicht, müssen wir mal ein größeres Stück nehmen, habe ich auch noch in der Tasche. Na, was ist magnetisch? Hier ein 2-Euro-Stück sollte eigentlich magnetisch sein. Ja, können die hier ein 2-Euro-Stück aus dem Gullideckel holen. Wie auch immer, irgendwelche anderen metallischen, leichten Gegenstände. Natürlich, wenn es zu schwer ist, schafft der O-Clip das nicht, das O-Clip nicht, aber so für so kleine Backup-Sachen ist das sehr praktisch und das ist natürlich auch eine Option. Ihr könnt das O-Clip natürlich auch am Computergehäuse verwenden, wenn ihr irgendwas da rumschraubt oder vielleicht mal ein Kabellose ist, ihr wollt irgendwas kontrollieren. Einfach mit dem Magnet anheften und dann könnt ihr das Licht anschalten. Die Oberfläche muss natürlich auch magnetisch sein und dann funktioniert es. Ihr könnt euch das O-Clip natürlich auch hier vorne einfach an die Kappe machen. Damit leuchtet ihr zwar nicht nach vorne, aber wenn ihr hier irgendwie in dieser Position arbeitet, habt ihr auch Licht, funktioniert auch und leuchtet das Objekt, wo ihr daran arbeitet, auch auf jeden Fall aus, nur als Backup. Und was auch geht, wenn ihr das Lanyard Hole benutzt, mit einer Schnur und macht das Licht auf volle Stärke, dann könnt ihr so eine Bassform machen, um auf euch aufmerksam zu machen. Das heißt, ihr seid irgendwo im Dunkeln und wollt ein Signal geben, dass ihr hier seid, dann könnt ihr es an eine Schnur machen und dann einfach in Kreisbewegungen, schnellen Kreisbewegungen auf euch aufmerksam machen. Im Dunkeln erscheint dann so ein Halo, also so ein Kreis, ein leuchtender. Und da müsst ihr aber zusehen, dass das O-Clip sich gerade dreht, also nicht schräg irgendwie eingefädelt ist, sondern gerade. Und dann habt ihr im Dunkeln einen schönen Kreis, wenn ihr es schnell genug dreht. Das sind auch so Optionen, wozu ihr das O-Clip nutzen könnt. Es gibt jede Menge weitere Möglichkeiten, das O-Clip zu benutzen. Deswegen ist es auch eins meiner Lieblingslichter. Und ja, jetzt könnt ihr noch eine gewinnen. Schreibt dazu einfach unten in die Kommentare, wie ihr das O-Clip einsetzen würdet. Die kreativste oder lustigste Variante gewinnt dann einen O-Clip. Ich suche das selber raus, also nicht per Zufallsgenerator, sondern ich suche dann einfach raus, was mir besonders gut gefallen hat oder welches Kommentar mir besonders gut gefallen hat. Und dann könnt ihr dann ein O-Clip gewinnen. Teilnahmebedingungen gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann hoffe ich, dass euch dieses kurze, knackige Video gefallen hat. Vielleicht ein paar Anregungen für euch gewesen, dabei gewesen sind, auf die ihr noch nicht gekommen seid und euer O-Clip jetzt noch mal ein bisschen besser nutzen könnt. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns bei den nächsten Videos. Schaut auf jeden Fall auch bei Instagram, Facebook, TikTok vorbei. Newsletter abonnieren, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten Videos. Macht's gut, bis dahin. Ciao.